Was ist der Wohlführeffekt, den man auf Wahlparteitagen hat? Mehrfach konfrontiert worden mit Fragen, als das Wahlergebnis, zumindest für die Personalwahlen, bewertet worden ist, gibt es da jetzt einen Bruch, einen Riss in der Partei. Ich will sehr deutlich sagen, und da bin ich auch ganz nah bei Ralf, der heute als Fraktionsvorsitzender eine ähnliche Bewertung vorgenommen hat, diese Partei ist eine andere als noch vor zehn oder 15 Jahren. Und es ist schon allein hier bei der Zusammensetzung der Delegierten sichtbar. Wir haben einen Generationswechsel auch in dieser Partei, auch in den Verantwortlichkeiten und den Mandatierungen festzustellen. Und da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen vom Politikbetrieb, von der Art und Weise auch von Politikgestaltung. Und da gibt es Unterschiede. Was aber, was kein Unterschied darstellt, ist das, wofür wir als Partei in Gänze stehen mit unseren Zielen. Und das will ich sehr deutlich sagen, da gibt es keine, da gibt es nicht eine Lücke, die dazu führen kann, dass man hier aus diesem Wahlparteitag eine Ableitung vornimmt, dass wir hier uns politisch in Zielen und Grundsätzen verstritten haben, beziehungsweise dass hier die Schere weiter aufgeht. Das ist nicht der Fall. Und wir haben auch ganz gut zumindest bei diesen politischen Botschaften agiert zu Beginn des Parteitages. Ich fand, das, was ich da lesen konnte, war gut und richtig und waren auch Antworten auf Fragen, die draußen an uns gestellt werden. Wir haben es dann aber natürlich auch, und das ist nun mal bei demokratischen Wahlen so, dass dann Personalwahlen oder Entscheidungen dann viel wichtiger waren und dass das natürlich dann die politische Botschaft in den Hintergrund trat und das nach vorn trat. Das hätte ich mir natürlich anders gewünscht. Nicht das Ergebnis groß bei mir. Ich habe, ja, ein, zwei Prozent hätte ich noch erwartet. Aber ich sage mal, mit 70 Prozent Zustimmung ist ein Parteivorsitzender gewählt. Und zwar so gewählt, dass er diese Partei auch mit diesem Mandat führt. Was ich mir aber gewünscht hätte, wäre eine offene Aussprache in dem Bereich der Kandidatenaufstellung, wenn es darum geht, wenn es da unterschiedliche Bewertungen über die Art und Weise, wie wir Politik gestalten. Das hätte ich mir gewünscht. Das ist aber, liebe Genossinnen und Genossen, Schnee von gestern. Das ist Schnee von gestern. Und deshalb gibt es jetzt zwei Punkte, was ist zu tun. Erstens. Wer jetzt denkt, dass wir auf der Grundlage dieses Wahlergebnisses, auch des Wahlergebnisses, was wir hier auch vernommen haben, denkt, dass wir uns jetzt mit Innereien oder der politischen Nabelschau beschäftigen, der liegt falsch. Der liegt falsch. Der wird sich auch irren. Und wir werden, wenn dieser Parteitag beendet ist, unsere Aufgabe wahrnehmen, als Linke, als Regierungspartei, Linke, mit aller Kraft die Inhalte, die Inhalte, vor denen wir stehen. Und das ist das Ringen um den Einstieg in die Gemeinschaftsschule. Das ist gute Bildung von Anfang an. Das ist die Frage soziale Gerechtigkeit, innere Stabilität, Zukunft der Regionen und eine Kommunalfinanzierung. Und dafür haben wir auch auf diesem Parteitag mehrere Bewertungen entgewinkeln können, die gut ist. Dafür werden wir auch weiterhin stehen und das werden wir nach diesem Ende dieses Parteitag so weiter anstreben. Es steht aber auch in der Aufgabe an dieser Parteiführung, an den Parteivorsitzenden, sich noch mehr Zeit, glaube ich, auch für die Partei zu nehmen. Und vor der Aufgabe steht der Parteivorsitzende und der neue Landesvorstand auch, die vielen Stärken, die vielen Schultern, überlegt mal, fast 7.000 Mitglieder, mit den Schultern und den Stärken, die es da gibt, diese Stärken eben auch einzusammeln und dafür in Politik umzumünzen. Und zwar so, dass nicht alles oder wenige alles machen, sondern wir, wir gemeinsam hier bestimmte Sachen auch gemeinsam wegtragen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal, sich zu hinterfragen, auch die Kommunikation in die Partei, innerhalb der Partei. Auch das werde ich mir selbstkritisch auch nochmal auf den Tisch ziehen. Ich glaube, auch der Landesvorstand wird das auch als einer seiner ersten sicherlich Aufgaben besprechen und daraus Schlussfolgerungen ableiten. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ein Angebot muss dann auch angenommen werden. Das kann keine Einbahnstraße sein. Und ich glaube, dazu sind wir auch in der Lage, dies offen und solidarisch zu führen. Lasst mich etwas sagen, wie geht es jetzt weiter mit der Nichtbesetzung der Funktion der Landesgeschäftsführung. Bevor ich aber dazu komme, will ich, ich habe das gestern Abend schon mal gemacht, aber ich glaube, nachdem ich auch sehr viel Betroffenheit mitbekommen habe, was gestern dieses Wahlergebnis auch hervorgerufen hat, ich will, und Andrea ist ja noch da, auch nochmal Danke sagen. Danke, Andrea, auch als Vorsitzender für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und das Vertrauen, was wir miteinander hatten. Und ich glaube, wir werden auch die Zusammenarbeit in einer anderen Konstellation, und da hat ja Harald schon die nächsten Herausforderungen genannt, auf weiter fortzudenken. Nochmal vielen Dank, Andrea. Ich hatte das gestern angekündigt. Wir werden uns im Landesvorstand beraten. Die Funktion wird zunächst aus dem Landesvorstand heraus kommissarisch besetzt, und wir werden dann auf einem folgenden Parteitag die neue Wahl dann vollziehen. Bis dahin, liebe Genossinnen und Genossen, und die Arbeit wartet nicht, und die Herausforderungen draußen im Land sind groß, erwarten die Menschen von uns Politik. Und die sollten wir, wenn wir hier aufstehen, durchgeschnauft haben, uns vielleicht den Sonntag nochmal auch mit unseren Familien natürlich auch noch etwas schöner gestalten, den sollten wir ab morgen wieder angehen. Und zwar für die Menschen in Brandenburg, dass wir Politik gestalten, dass wir sie nicht enttäuschen, denn dafür sind wir gewählt worden, und das ist unsere Mission. Kommt gut nach Hause. Als allererstes vielen Dank bei dem Arbeitspräsidium, bei der Redaktionskommission, bei der Wahlkommission, natürlich bei dem Team der Geschäftsstelle, die das hier auch mit vorbereitet und auch noch nachbereiten muss. Und vielen Dank auch dem Management des Tagungshotels. Ich glaube, das war eine gute Auswahl, die wir hier getroffen haben. Kommt gut nach Hause und bleibt vor allen Dingen gesund. Und dann geht es am Montag weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.